Man sollte meinen, an Land wären die Tiere in Sicherheit. Doch im Wasser lauert ein Killer, der urplötzlich zuschlagen kann. Der Killerwal schleicht sich unter Wasser an. Und wenn die Seelöwen ihn bemerken, ist es oft schon zu spät. Doch hier scheint es, als würde er mit seinem Opfer nur spielen. Werden sie jetzt zeugen, wie dieser Gigant etwas tut, das man von ihm nie erwarten würde? Zunächst sieht es wie ein erneuter Angriff aus. Doch was passiert nun? Unglaublich. Der riesige Fleischfresser schiebt das Jungtier sanft an den Strand zurück. Ein Akt der Gnade? Oder ist der Orca einfach nur satt? Auf jeden Fall war das ein sehr ungewöhnliches Zusammentreffen von Jäger und Barsch.